Hier, Ihre fünf Goldstücke. Haben Sie vielen Dank, Senior Theodoro. Sie sind wirklich sehr entgegenkommend, vor allem was die Zinsen betrifft. Aber das ist doch ganz selbstverständlich. Hiermit erkläre ich Don Prito, dass ich Theodoro fünf Goldstücke schulde. Ich hoffe, das reicht aus. Aber ja, ausgezeichnet. Hier, Ihre fünf Goldstücke. Haben Sie vielen Dank, Senior Theodoro. Sie sind wirklich sehr entgegenkommend, vor allem was die Zinsen betrifft. Aber das ist doch ganz selbstverständlich. Eigentlich verleihe ich Geld aus purer Barmherzigkeit. Es wäre schön, wenn es mehr Menschen wie Sie auf der Welt geben würde. Ach, Sie sind ein Schmeichler. Der Hut steht Ihnen übrigens ganz ausgezeichnet. Ja, wissen Sie, meine Tochter hat ihn hier gerade erst vor kurzem gekauft, die Gute. Was für ein Idiot. Hiermit erkläre ich Don Prito, dass ich Theodoro fünf Goldstücke schulde. Hiermit erkläre ich Don Prito, dass ich Theodoro fünf Goldstücke schulde. Hiermit erkläre ich Don Brito, dass ich Theodoro fünf Goldstücke schulde. Hiermit erkläre ich Don Brito, dass ich Theodoro fünf Goldstücke schulde. Ich hoffe, das reicht aus. 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 Aber ja, ausgezeichnet. Hier ihre fünf Goldstücke. 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 Aber ja, ausgezeichnet. Hier, Ihre fünf Goldstücke. Haben Sie vielen Dank, Senior Theodoro. 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 Haben Sie wirklich sehr entgegenkommend, vor allem, was die Zinsen betrifft. Sie sind wirklich sehr entgegenkommend, vor allem, was die Zinsen betrifft. Sie sind wirklich sehr entgegenkommend, vor allem, was die Zinsen betrifft. Sie sind wirklich sehr entgegenkommend, vor allem, was die Zinsen betrifft. Aber das ist doch ganz selbstverständlich. Aber das ist doch ganz selbstverständlich. Aber das ist doch ganz selbstverständlich. Eigentlich verleihe ich Geld aus purer Barmherzigkeit. Das wäre schön, wenn es mehr Menschen wie sie auf der Welt geben würde. Ach, Sie sind ein Schmeichler. Ach, Sie sind ein Schmeichler. Der Hut steht Ihnen übrigens ganz ausgezeichnet. Wissen Sie, meine Tochter hat ihn hier gerade erst vor kurzem gekauft, die Gute. Ja, wissen Sie, meine Tochter hat ihn hier gerade erst vor kurzem gekauft, die Gute. Wissen Sie, meine Tochter hat ihn hier gerade erst vor kurzem gekauft, die Gute. Was für ein Idiot. Was für ein Idiot. Was für ein Idiot. Hiermit erkläre ich, Don Prito, dass ich Theodoro fünf Goldstücke schulde. Ich hoffe, das reicht aus. Aber ja, ausgezeichnet. Hier, Ihre fünf Goldstücke. Haben Sie vielen Dank, Senior Theodoro. Sie sind wirklich sehr entgegenkommend, vor allem was die Zinsen betrifft. Aber das ist doch ganz selbstverständlich. Eigentlich verleihe ich Geld aus purer Barmherzigkeit. Es wäre schön, wenn es mehr Menschen wie Sie auf der Welt geben würde. Ach, Sie sind ein Schmeichler. Der Hut steht Ihnen übrigens ganz ausgezeichnet. Ja, wissen Sie, meine Tochter hat ihn hier gerade erst vor kurzem gekauft, die Gute. Was für ein Idiot. Was für ein Idiot. Was für ein Idiot. Vielen Dank.